Hallo Leute, willkommen zu einer kleinen Umfrage. Ja, also, ich möchte zusätzlich zu Left 4 2 noch ein kleines Nebenprojekt starten. Auch in HD, haha, lustig. So, und zum Ausfall hätte ich hier Dragon Age 2, Divinity 2, Dead Space 2, Ballet Storm 2, ok, nein, Ballet Storm, Bioshock 2, und Duty Calls. Tja, ich bitte euch, bitte einen Kommentar zu schreiben, welches von denen ihr lieber möget haben tun. Bitte, probiere so nur ein Game, einen Kommentar, sonst kommt da was Doofs raus. Ja, Leute, das war's eigentlich schon, boah, schon wieder so ein kurzes Video. Ich möchte etwas länger haben und so, äh, länger, 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 ja, passt schon, okay, see ya, Leute. Oh, oh.